Hey ho Leute, hier ist wieder euer Vayne Let's Play, heute mal ein bisschen Werbung für einen guten Freund von mir und zwar für den lieben Niklas, aka iTrashGames. Er spielt im Moment Skyrim, es ist sein erstes Let's Play, er hat momentan leider nur 5 Abonnenten und das ist eigentlich viel zu wenig für die Arbeit, die er sich macht mit seinen Let's Plays. Er geht mit viel Humor an die Sache ran und ich glaube man sieht auch an seinem Channel Design, dass er sich Mühe gibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr ihn einfach mal besucht, ihm einen Kommentar da lasst und er würde sich natürlich auch freuen, wenn ihr ihn abonniert und vielleicht einen Kommentar da lasst oder vielleicht auch mal Gefällt mir drückt. Also bei Gelegenheit einfach mal vorbeischauen, mich würde es freuen, ihn würde es freuen und ihr würdet euch sicher keinen Finger damit abbrechen. Viel Spaß mit den Videos von ihm und ciao, bis in den nächsten Videos, euer Vayne Let's Play.